Vielen Dank. Auch zunächst meinerseits ein herzliches Grüß Gott und willkommen hier in diesem schönen Kursaal. Ihnen allen, die heute Abend jetzt dabei sind, ganz besonders aber Ihnen, lieber Herr Karimi. Mein Name ist Christian Ströbele. Ich leite an der Akademie der Diocese Rottenburg-Stuttgart den Fachbereich für Interreligiösen Dialog und bin meinerseits sehr dankbar für die Zusammenarbeit mit der Freien Kunstschule und namentlich also Ihnen, lieber Herr Hansch und lieber Herr Eckert. Der Schwerpunkt an unserer Akademie und unserem Fachbereich sind Schnittstellenfragen. Es sind gesellschaftspolitische Fragen, religiöse Fragen, Fragen, die religionsübergreifend dringlich sind und bei denen wir nur davon gewinnen können, wenn wir sie kooperativ angehen. Als nächstes diskutieren wir zum Beispiel über die Bezüge von Religion und Populismus, Bezüge, die Christen und Muslimen nicht gleichgültig sein können. Diese Diskussionen in zwei Wochen in der Akademie stehen im Arbeitszusammenhang des Theologischen Forums Christentum Islam, ein Netzwerk, das wir an der Akademie koordinieren und das dem wissenschaftlich-fachlichen Dialog eine Plattform gibt, seit nunmehr 20 Jahren und das seitdem auch eine ganz außerordentliche Dynamik mit begleitet hat. Nicht zuletzt deswegen, weil es inzwischen die Fachrichtung überhaupt erst gibt, die Sie über Herr Karimi vertreten. Sie wurden 2012 zuerst Vertretungsprofessor an der Universität Münster 2016, dann ordentlicher Professor, am dann eben unter anderem mit Ihnen neu gegründeten Institut für Islamische Theologie. Und Sie haben einmal beschrieben, dass Sie in Ihrem Studium der Philosophie und der Islamwissenschaften in Freiburg vermisst haben, dass man sich mit religiösen Fragen vertieft befasst. Sie können sehr viele Seminare über mauretanische Schlösser besuchen, aber ein vertieftes Auseinandersetzen mit dem Denken der Religion sei wenig anzutreffen, sagten Sie. Das haben Ihre Studierenden in Münster, in Münster in großer Zahl, heute anders und ist natürlich auch ein großer Unterschied, ob man sich mit diesem Denken in der Religion aus einer Außenperspektive befasst oder darin selbst involviert ist. Letztes Jahr haben Sie ein großes, ich finde auch großartiges Buch herausgebracht, Licht über Licht, und darin führen Sie eben gerade durch das religiöse Denken im Islam. Sie tun das in einer Absicht der Dekonstruktion, also Sie rekonstruieren nicht eine ursprüngliche reine Botschaft des Islam, sondern Sie nehmen die Momente, aus denen der Islam, das Denken im Islam sich aufbaut, auseinander und setzen sie neu zusammen und tun dabei im Grunde nichts anderes, als das religiöse Denken immer schon getan hat. Die Religion beansprucht, sagen Sie, an jedem Punkt letztlich völlige Geltung, aber ist zugleich an jedem Punkt nichts als Übergang. Mir scheint, Sie setzen damit auch vielleicht die Frage Richtung Ihrer Dissertation fort. Dort ging es nämlich um Hegel und um Heidegger und um die Möglichkeit oder Unmöglichkeit eines Systemanspruchs, um das Verhältnis von System und Widerspruch, von Versöhnung und Scheitern. Sie bringen immer wieder islamisches und europäisches Denken ins Gespräch, zum Beispiel auch in dem Band Hingabe, der Grundfragen systematisch islamischer Theologie behandelt. Und Sie treten dabei auch, das klang eben schon an, ins religionsübergreifende Gespräch, am bekanntesten wahrscheinlich mit dem Buch, das Sie gemeinsam mit Anselm Grün herausgebracht haben, im Herzen der Spiritualität, wie sich Muslime und Christen begegnen können. Es geht Ihnen darum, sagen Sie, im Anderen auch einen Geschmack Gottes zu erwarten und dort im Anderen auch Gott schmecken zu lernen. 2018 haben Sie einen Band herausgebracht mit dem Titel Warum es Gott nicht gibt und er doch ist. Gott gibt es nämlich nicht einfach nur so nicht, wie irgendwelche Dinge in der Welt eben nicht vorkommen, sondern wie Sie sagen, Gott ist einfach nicht da. Und sein Nicht-Dasein ist mit einem Ausrufezeichen versehen. Wie steht es dann aber um den Gott, der in keinem Gefäß, in keiner Idee, in keinem Bild einzufangen ist? Diese Frage hat eine Ähnlichkeit zu einer Grundfrage der Ästhetik, jedenfalls dann, wenn Kunst den Anspruch hat, nicht einfach irgendetwas abzubilden, was es in der Welt gibt oder geben könnte, sondern die Welt als Ganze in ein anderes Licht zu setzen. Oder wie Paul Klee sagt, Kunst gibt nicht Sichtbares wieder, sondern macht sichtbar. Sie sind selbst auch Literat, Sie haben mehrere Lyrikbände herausgebracht, Sie haben auch den Koran in eigener Übersetzung herausgebracht, eine Übersetzung, die in besonderer Weise die ästhetische Qualität des Textes verlebendigt. Und das Ästhetische hat nun eben genau diese besondere Eigenschaft, nicht festzustellen zu sein. Man erfährt es als Ereignis. Und darin, so haben Sie das einmal für mich eindrücklich verglichen, gleicht die Beschäftigung mit dem Koran ein Opernbesuch. Wer eine Oper wie Tosca einmal gesehen hat, ist damit nicht fertig. Sie gibt mehr zu denken, als wir verstehen. Aber wir verstehen auch mehr, je mehr wir uns befassen. Und es reicht nicht, die Partitur nur zu lesen. Man muss dabei sein. Lieber Herr Karimi, danke, dass Sie heute Abend mit bei uns sind. Sie haben einen weiten Weg, Sie sind viel gefragt. Sie müssen auch morgen früh bereits wieder bei einem Anschlusstermin sein. Darum werden Sie auch pünktlich um etwa Viertel nach acht hier wieder aufbrechen müssen. Aber bis dahin sind Sie hier bei uns. Ich freue mich sehr darüber. Wir sind gespannt auf Ihren Vortrag zur Spiritualität und Schönheit im Islam. Lieber Herr Karimi, vielen Dank, dass Sie dabei sind, dass Sie heute Abend mit uns diese Themen bedenken. Und Sie haben jetzt gleich das Wort. Vielen Dank. Ja, guten Abend, sehr geehrter Herr Handschuh, sehr geehrter Herr Kollege Eckert, lieber Herr Ströble. Ich hätte Ihnen jetzt unendlich lange noch zuhören können. Vielen Dank für die allzu freundliche Einführung und überhaupt für die Würdigung, hier zu Ihnen sprechen zu dürfen in diesem erlesenen Kreis zu so einem schönen Thema nun. Die Religion des Islams handelt von einem und einzigen Gott, der alles erschafft, trägt und zu Vollkommenheit führt. Dabei ist die Bestimmung der Einheit Gottes, dass seine Wirklichkeit weder vergleichbar mit den Dingen der Welt noch überhaupt verfügbar ist, eine fundamentale Grundüberzeugung dieser Religion. Insofern überrascht oder überschreitet dieser übertreffliche Gott in seiner Inkommensurabilität das Ganze überhaupt, weil er jenseits der Vielheit und jeglicher Zweiheit ist. Eine Einsicht, die wir bereits schon bei Plutinia nachlesen können. Seine Transzendenz, nicht Teil der Welt zu sein, bestimmt auch die Einsicht, dass Gott nicht Gegenstand der Darstellung sein kann. Aus dem Koran ist zu entnehmen, nicht erreichen ihn, den Gott, nämlich die Blicke. Nicht erreichen ihn die Blicke. Uneinholbar für das Auge ist Gott dann übersinnlich und er haben in seiner gründenden Mächtigkeit abgebildet werden zu können. Seine Undarstellbarkeit suggeriert aber im gleichen Atemzug, dass keine Bestimmung angemessen auf ihn angewandt werden kann, außer Prädikate der Vollkommenheit. Zur Vorstellung von Gott im Islam gehört also konstitutiv, dass Gott unvorstellbar ist. Diese Undarstellbarkeit Gottes, dass er nicht als Bild zu erfassen ist, nicht das Antlitz des Menschen angenommen hat, ist kein äußerliches Gebot. Man solle sich bloß kein Bild von Gott machen, weil dies verboten sei, sondern die Sache an sich. Ist sie adäquat gedacht, verbietet ja jedwede Darstellung und Vorstellung und Bildnis. Doch in dieser Hinsicht wäre Gott nicht nur unsagbar, wieder ein Terminus, den wir bereits schon bei Plutin kennen, also neuplatonisch, sondern auch unvermittelt, also absolut fremd. Wenn Gott jedoch reine Verborgenheit ist, dann lässt diese Einsicht keine Teilhabe, eben keine Vorstellung, aber auch kein Glaube zu. In welcher Weise ist dann überhaupt im Islam von Gott die Rede? Sie merken, ich mache mir selbst nicht leicht. Ich hätte Ihnen auch ganz anders das Ganze vorstellen können. Im Koran heißt es über Gott, Doppelpunkt, und dann referiert. Aber ich glaube, die Sache ist auch selbst koranisch nicht so einfach dargelegt. So gesehen versteht sich der Islam in der Tradition des Juden- und Christentums stehend als eine Offenbarungsreligion. Offenbarungsreligionen handeln von einem Gott, der sich mitteilt. Nun, wie auch immer. Diese Mitteilung, die als Zuwendung Gottes begriffen wird, in seiner eigenen Schöpfung mit Liebe und Barmherzigkeit gegenwärtig zu sein, wird im Islam durch den Koran artikuliert. Im Koran heißt das nämlich, die Stelle, die ich vorhin zitiert habe, noch weiter, die Stelle ging so, nicht erreichen ihn die Blicke, aber, so geht es weiter, aber er, also der Ewige, aber er erreicht die Blicke. Weil Gottes Wirklichkeit nämlich grenzenlos ist. Der Koran ist nach dem islamischen Selbstverständnis also die Offenbarung Gottes, in der Gott selbst erstens seine eigene Existenz bezeugt und zweitens den Menschen nahelegt, dass er sie heilt, tröstet, recht leitet und zur Wahrheit führt. Der Akt der Offenbarung bedeutet demnach Grenzüberschreitung. Die reizvolle Frage dabei ist, wie diese Grenzüberschreitung, diese Entschleierung Gottes, dass er sich in irgendeiner Weise in die Vorstellung erhebt, denkbar ist, ohne jedoch seine erhabene Einheit zu verletzen. Diese Schöpfung kann indes keine Grenze für Gott darstellen, weil seine Unendlichkeit, wenn man diese dem Ernst nimmt, ja umfassend ist. Das heißt, seine Transzendenz überschreitet auch die Schranken des Endlichen. Im Koran ist dementsprechend zu lesen, Gottes ist, was in den Himmeln und was auf der Erde ist und Gott umfasst alle Dinge. Vor Gott kann daher keine Grenze bestehen bleiben, weil seine Überschrittenheit grenzenlos ist, sodass man genauer sagen müsste, dass seine sogenannte Transzendenz eine immanente Transzendenz ist. Die Offenbarung indes gilt daher nicht nur als Rechtleitung und Erkenntnis, sondern insbesondere auch als eine Selbstprädikation Gottes, weil sie die Artikulation einer Wirklichkeit sein will, die keine Artikulation kennt. Es ist der Dichter Rainer Maria Rilke, der einmal in einem Brief an Karl und Elisabeth von der Haid schreibt, ich zitiere, es lohnt sich immerhin, Gott von Mohammed Herr gefühlt zu haben. Rilke hat auch in einem im Sommer 1907 in Paris mit dem Titel Mohammeds Berufung verfassten Gedicht die Dramatik des ersten Offenbarungsereignisses des Korans im Islam mit den Worten beschrieben, ich zitiere das Gedicht, da aber als in sein Versteck der Hohe sofort erkennbare der Engel trat, aufrecht der lautere und lichter Lore, da tat er allen Anspruch ab und bat, bleiben zu dürfen der von seinen Reisen innen verwirrte Kaufmann, der er war, er hatte nie gelesen und nun gar in solches Wort zu viel für einen Weisen der Engel aber. Herrisch wies und wies ihm was geschrieben stand auf seinem Blatte und gab nicht nach und wollte wieder ließ Ikra. Da las er so, dass sich der Engel bog und war schon einer, der gelesen hatte und konnte und gehorchte und vollzog. Soweit Rilke. Die Dramatik dieser Szene ist von großer Bedeutung, insbesondere für das islamische Bewusstsein. Mohammed verfügt nicht über die Situation. Er verfügt nicht über die Offenbarung und nicht über sich selbst. Er ist diesem Geschehen, welches an ihm selbst stattfindet, überantwortet. Ihm wird aber auch die Mitteilung Gottes nicht einfach überreicht. Ihm wird nicht einfach der Koran gegeben. Der Koran ist eben keine Begebenheit, sondern ein ästhetisches Ereignis. Der Koran scheint nicht einfach mit einer starren Bestimmung also einholbar zu sein. Allein schon die Frage, was ist überhaupt der Koran ist eine der bewegenden Fragen der islamischen Theologie. Über Jahrhunderte gewesen und bis heute ringen wir um diese Frage. Der Koran scheint also ein ganz eigenes Ereignis zu sein. Dieses Offenbarungsereignis erlebt der Gesandte Gottes immer wieder und immer erneut als sein existenzielles Erzittern. Die Bewandtnis dieses existenziellen Erlebens ist für das Verständnis der Offenbarung nun unabdingbar. Der Prophet Mohammed ist derart bewegt, dass ihn die Gegenwart der Offenbarung existenziell gänzlich auch einfängt. Ohne einen Schritt vorwärts oder rückwärts zu tun, blieb ich stehen und blickte zum Engel Gabriel, sagte er. Dann begann ich, mein Gesicht von ihm abzuwenden und über den Horizont schweifen zu lassen, doch in welche Richtung ich auch blickte, immer sah ich ihn in der gleichen Weise. Den Blick auf ihn gerichtet verharte ich, ohne mich von der Stelle zu rühren. So ist das bei seinem ersten Biografen überliefert. Der Engel lässt Mohammed zurück in seine Ergriffenheit. Er spürt die Allgegenwart Gottes. Er will fliehen eben vor den Erscheinungen des Engels, aber egal wohin er sich auch hinwendet, ist das Anteliz Gottes, das er durch den Engel Gabriel vermittelt bekommt. Es gibt eben kein außerhalb, es gibt kein Entrinnen vor Gott. Der Koran wird also nicht in einem Zug offenbart. Vielmehr sollte er fortan für ungefähr 23 Jahre in Mekka und Medina in unregelmäßigen Abständen auch zum Gehör gebracht werden. Und bereit zu Lebzeiten Mohammed gab es Personen, die den koranischen Vortrag im Gedächtnis bewahrten und darüber hinaus zahlreiche Verse auf direkte Anweisung des Propheten niederschrieben. Aufgezeichnet wurden die Teile des Korans vor allem auf Papyrus Zetteln, Palmstängel und Knochen. Und das Niedergeschriebene diente aber ausschließlich als Gedächtnisstütze, denn die mündliche Überlieferung besaß insofern den absoluten Vorrang, als die Mündlichkeit den wesentlichen Charakter des Korans in der gegenwärtigen Form, Korans repräsentiert. So ist es auch zu erklären, dass nach dem Tode des Propheten der Koran in der gegenwärtigen Form noch nicht existierte. Erst unter dem sogenannten dritten Kalifen, also Mitte des siebten Jahrhunderts, wurde der Versuch vollendet, eine Koranausgabe hervorzubringen, die mit dem Schriftbild des heute vorhandenen Korans fast identisch ist. Der bedeutende Unterschied, warum ich von fast rede, besteht darin, dass in der früheren arabischen Schrift ausschließlich Diphtange, Konsonant und zum Teil auch die langen Vokale niedergeschrieben, aber die kurzen Vokale nicht notiert wurden. Mithin bildete dieses Textgerüst ein offenes Feld für unterschiedliche Vortragsarten und Deutungen, aber nicht der Text, sondern die Erkenntnis der Recitation war für die entscheidende Deutung des Korans grundlegend. Somit entwickelte sich in der Zeit auch mit der Zeit auf der Grundlage dieses Konsonantentextes, auf Arabisch heißt das Rassm, sieben kanonische Vortragstraditionen. Der Prophet hat also weder ein Buch noch eine Tafel noch ein Bildnis erhalten. Ihm ist allein die Erinnerung gegenwärtig, die Erinnerung dieses Offenbarungsgeschehens, als wären die Worte, die er vernahm, wie er selbst einmal sagte, ins Herz geschrieben. Insofern hat sich die spirituelle Tradition des Islams der Kultivierung des Herzens gewidmet. Sie müssen sich vorstellen, diese große Tradition der Spiritualität ist im Grunde genommen, egal wie unterschiedlich sie auch sein mögen, und sie sind sehr unterschiedlich und vielfältig und ambig, trotzdem haben sie eine großartige gemeinsame Aufgabe. Und die Aufgabe besteht darin, sich um das Herz des Menschen zu kümmern. Im Grunde genommen, gerade sich diesen, dieser Form, diesen Ort, kein Ort, diesen Zustand zu widmen, zu kultivieren, zu erziehen, diese Subtile zu machen, Menschen in Berührung mit seinem Herzen zu bringen, weil gerade dort alles geschieht, was wir als das Göttliche, das Heilige auch begreifen. Und da ist eine Vielzahl von prophetischen Aussagen vermittelt, die genau dies unterstreichen, unter anderem das Herz ist das Haus Gottes zum Beispiel, oder auch die Bedeutung des Herzens, dort, wo wir unsicher sind, wie wir handeln sollen, zum Beispiel. Also als Maßstab und als Maxime der Rechtleitung, Frage beim Herz, sagt der Prophet, und das dreimal in Folge. Spiritualität bedeutet also aus islamischer Perspektive, um es ganz überspitzt zu formulieren, aus dem und im Herzen zu leben. Dieses Leben gründet in Sehnsucht. nicht über Gott seine Offenbarung oder das Leben zu verfügen. Wir können in einem Dialog aus verschiedenen Traditionen auch aufeinander zugehen, zueinander kommen oder uns begegnen. Aber in Wahrheit begegnen können wir uns nur als Sehnsucht und Sehnsucht, als Weg und Weg. Nicht zwischen zwei Buchdeckeln sondern im Menschen, im Herzen ist der Koran bewahrt, sodass derjenige, der den Koran gänzlich memoriert, auch als Bewahrer oder Bewahrerin Hafes des Korans auch gilt. Das Göttliche ist ihm dabei offenbar, jedoch Gott selbst wird nicht ihn liberiert. Gott wird nicht zum Buch. Er bleibt unvergegenständlich und unverfügbar. Und im Grunde könnte man sagen, es ist die Sehnsucht, die bleibt. Aber in seiner Unverfügbarkeit, gerade dort, ist Gott gegenwärtig. Im Arabischen ist der Begriff für das aus dem Lateinischen entstammenden Wort Spiritualität Ruhaniya. Das Wort ist gebildet aus dem Stamm Ruh. Wenn Sie etwas Hebräisch können, hören Sie schon auch die Ähnlichkeit auch dort, der eigentlich Geist bedeutet. Was ist aber Geist oder Geistigkeit? Im Koran heißt es dazu, und sie befragen dich, O Muhammad, nach dem Geist, nach dem Ruh. Sag, der Geist obliegt dem Befehl meines Herrn. Zitat Ende. Da der Geist dem Urteil Gottes obliegt, sind die Begriffe Geist und Geistigkeit in der islamischen Tradition stets sehr behutsam verwendet worden. Zudem hatte ich für das Wort Spiritualität vor allem im Persischen den Begriff Ma'na-yat durchgesetzt. Dieses Wort beinhaltet das Grundwort Ma'na, was aus dem Arabischen stammt, was so viel bedeutet wie Bedeutung. In der islamischen Spiritualität geht es also grundlegend um eine Geistigkeit im Sinne einer Erkenntnis der inneren Bedeutung der Dinge. Die Intention dabei ist, das Antlitz Gottes im Antlitz der Welt zu sehen. Genau genommen zu lernen, wie wir das Antlitz Gottes im Antlitz der Welt sehen können. Der muslimische Mystiker Faridah Dinnatar sagte einmal, solange du nicht in dir selbst reisest, gelangst du nicht zu dem inneren Sinn deiner selbst. Nun ja, sich für Gott zu öffnen, öffnet den inneren Raum des Menschen. Wo ihr auch euch hinwendet, heißt es im Koran, ist das Antlitz Gottes. Und die Übersetzung dieser auf Innerlichkeit gerichteten Geistigkeit ins Leben ist eine Kunst. Eine Lebenskunst, der sich die islamische Mystik verschrieben hat. Aus dieser Haltung heraus lässt sich in der Schönheit die Lebenskunst entfalten und erringen, die in der würdigenden Offenheit des Lebens selbst gründet. Diese Haltung sucht das ästhetische Urteil, das heißt den Geschmack Gottes, Daug, wie es Al-Razali pointiert einmal sagte, um in und aus der Versöhnung zwischen Theorie und Praxis, Vernunft und Offenbarung, sinnlichem und übersinnlichem, gleichsam in einer mittleren Stimmung, wie es Schiller sagen würde, zwischen Sinnlichkeit und Geistigkeit sein Existenz sinnfällig auch ergreifen zu können. Und dann steht die Frage, wie wir mit der Botschaft umgehen sollten. Der Koran ist ja nicht irgendwas, sondern die Botschaft Gottes. Diese Botschaft selbst ist nicht einfach da, wie ein Bügeleisen in einem Regal und dass wir einfach immer dann, wenn wir ein Bügeleisen brauchen, weil wir gerade einen Vortrag halten, unser Hemd gebügelt werden sollte, dann auch damit auch umgehen. Also unsere Alltagsprobleme und Angelegenheiten regeln. So funktioniert insgesamt eigentlich nicht der Koran. Und diese Funktion hat der Koran nicht im Leben. Also wenn ich mit meiner Frau streite, was natürlich nie vorkommt, dann wird dieser Streit nicht dadurch gelöst, dass wir beide dann den Koran aufschlagen und schauen, wie wir jetzt weitergehen bei diesem Streit. Wie gerne man sich da so auch vorstellen würde, dass Muslime da sitzen und nach jeder Gelegenheit den Koran aufschlagen, so funktioniert auch der alltägliche Glaube eigentlich nicht. Diese Bezugsetzung zum Koran ist eigentlich schlicht falsch, sondern der Koran hat eine erhaberen Bedeutung im Leben, eine tröstende, eine tragende. Und die meisten Muslime auf dieser Welt heute verstehen nicht einmal arabisch. Obgleich der im Klang arabischen Koran für sie unglaublich bedeutend ist. Das hat einen formenden, heiligen Charakter. Das heißt, ohne es zu wissen zunächst einmal, was sie da vortragen, hat der Koran eine berührende, tragende, heilige Bedeutung. Natürlich gibt es gerade heute zahlreiche Übersetzungen. Es wird immer mehr kultiviert, dass wir auch die Übersetzungen auch lesen. Aber das halte ich sogar für eine Unsitte. Zu meinen, dass man allein, wenn man eine Übersetzung des Korans hat, dann würde man auch verstehen, was im Koran steht. Das ist gerade nicht der Fall, sondern der Fall ist gerade, dass wir mit einem Text zu tun haben, der zwar den Anschein erweckt, einfach und selbstverständlich zu sein, aber dieser Text ist alles, aber nicht genau das. Das heißt, wir müssen uns um diesen Text auch kümmern und sozusagen uns öffnen für den Text und den Text öffnen für uns. Wie wir sonst auch mit Texten umgehen. Sie können ja auch nicht Homer einfach aufschlagen und lesen oder Hegels Phänomenologie des Geistes. Das heißt, sie brauchen Hinführung, sie brauchen historisches Wissen, sie brauchen philologisches Wissen, philosophisches und so weiter. Das heißt, so gehen wir immer mit Texten um. Und der Koran ist auch ein Text. Das heißt, wenn sie den Koran dann aufschlagen, weil irgendjemand ihnen auf der Straße irgendwie gratis eine Koranausgabe gibt, mit der naiven Idee, wenn sie den Koran dann schon lesen in Übersetzung, dann werden sie dann zum Islam sich finden. Genau das funktioniert nicht. Und schon gar nicht für die Muslime selbst. Was tun wir also? Der Koran ist sprachlich und darin auch ästhetisch vermittelt. Dieser Koran ist im Vortragsstil verfasst. Er wird rezitiert. Rezitativ ereignet sich dabei der Akt der Offenbarung, der sich immer wieder und immer erneut in die Wirklichkeit der Menschen als Offenbarung einschreibt. Und das gehört sozusagen zum faktischen im gläubigen Leben. Wir lesen dieselbe kleine Sure, so heißt es in der einzelnen Kapitel des Korans, immer wieder. Und zwar immer mit der erneuten Erwartung, dass die Sure, die wir bereits schon auch ausfindig können und in unserem alltäglichen rituellen Gebet ständig auch vortragen, uns etwas Neues sagt. Es ist nicht ein langweiliger Text, den ich bereits schon kenne, weil dieser Text ein Informationstext ist. Der Koran hat sozusagen, der Bezug zum Koran besteht gerade darin, dass ich mich immer wieder ergreifen lasse, immer wieder herausfordern lasse von einer Instanz, über die ich nicht verfüge. Und das ereignet sich dann auch immer anders. Also der Koran wird auch anders verspürt und anders bewegt auch die Menschen, auch im einfachen Alltag der Religiosität. Die Verschriftlichung des Korans, die selbst eine eigene ästhetische Ausdrucksform der Kalligrafie gewonnen hat, ist deutlich später zu datieren. Zumal die ersten Verschriftlichungsdokumente keinen Eigenwert besaßen, sondern als, wie auch schon vorhin erwähnt, Gedächtnisstütze für die Recitation fungierten. Der recitative Charakter des Korans ist in seiner sprachlichen Komposition auch vernehmbar. Nicht nur die Anordnung der Worte in Reihenprosa, der Rhythmus, der Takt, der Klang, die Melodie und die Atempausen, sondern die innere Konstellation der inhaltlichen Botschaft ist formal-sthetisch konzipiert. Der Sinn der Botschaft ist sinnlich eingeholt, sodass die Trennung von Form und Inhalt für den Koran eigentlich unmöglich ist. Und ich, als jemand, der viel vorträgt und viel mit Menschen redet, werde immer wieder mit der Frage konfrontiert, was steht aber im Koran? Und noch nie bin ich mit der Frage konfrontiert worden, was steht im Koran wie? Weil man denkt, wie ist einfach nur eine, wie soll man sie schlecht sagen, eine dekorative Größe. Es interessiert mich nicht, wie schön der Koran klingt, es interessiert mich schon, was inhaltlich im Koran steht. Und das verkennt natürlich die Instanz der Ästhetik, die Instanz der Form, die gerade mit im Zusammenspiel mit dem Inhalt gerade die Botschaft verändert. Also die Weise, wie ich auch einen Inhalt formuliere, ist abhängig davon, in welcher Form ich sie auch formuliere. Wenn ich zu meiner Frau sage, ich liebe dich, das ist doch die langweiligste, zu oft formulierte Aussage, die eigentlich nichts mehr bedeutet. Das ist einfach nur kopiert. Wie oft haben Menschen sich gerade diesen Satz in der Konstellation gesagt? Das heißt, die Wiederholung, diese drei Worte in dieser Form, die unglaublich bedeutsam sein soll, erfüllt nicht das, was eigentlich die Botschaft sein will. Aber drehen Sie mal den Satz einmal um und sagen Sie, dich liebe ich. Und schon knistert, nicht wahr? Sie lachen schon. Es tut mir leid für Sie. Und gerade weil diese Form von Sagen, was eigentlich nichts anderes gesagt hat, außer diese, dieselben Worte im Grunde genommen in einer anderen Reihenfolge, verändert die Botschaft, intensiviert die Idee. Und der Koran lebt von dieser Form der Vermittlung. Das heißt, wir haben mit Versen zu tun, bei denen nicht so heißt, Gott hat das Wasser vom Himmel herabgesandt. Sondern da heißt es, Gott hat herabgesandt vom Himmel das Wasser. Und diese Form, dass am Ende die Erlösung kommt mit einer Atempause, hätte auch etwas anderes kommen können. Und die ersten Zuhörer, Zuhörerinnen des Korans sitzen gespannt da und hören, was der Ewige zu ihnen zu sagen hat. Und im Grunde genommen dieses Gespanntsein, voller Erwartung auf den koranischen Text hören, Hörerin oder Hörer des Wortes zu sein, um eine berühmte Wendung von Karl Rahner zu verwenden, das ist gerade das, was gefordert ist. Wir dürfen sozusagen diese Produktion nie verlieren. Und die verlieren wir nicht, wenn wir sozusagen uns entlang der Form auch mit dem Inhalt versöhnen. Und diese Haltung ist entscheidend, weil sie aufzeigt, dass die Offenbarung Gottes ihre eigene Ausweisungsart auch fordert, weil sie eben kein alltäglicher Gebrauchsgegenstand sein darf, sodass man ihn einfach aufschlagen, lesen und danach auch handeln könnte. Sondern der Koran muss gedeutet werden, ausgelegt und interpretiert werden. Mit allen methodischen Mitteln, die uns jeweils auch zur Verfügung stehen. Und das wurde eigentlich immer auch schon gemacht. Also auch die sogenannte historisch-kritische Leser, die man en vogue immer wieder für den Islam auch in Anspruch nimmt, das ist ja auch bereits schon im Mittelalter bei den muslimischen Kommentatoren in ihrer eigenen Form gemäß ihrer Zeit ja gemacht worden. Was denken Sie, was sonst die Kommentare machen? Also Sie werden natürlich jeden Vers des Korans in ihrem historischen Kontext einordnen. Diese auch philologisch einholen, im Leben des Propheten abbilden und so weiter. Und intertextuell auch mit Traditionen des Judentums und Christentums in Verbindung bringen. Auch mit der hebräischen Bibel, weil vieles, was im Koran auch steht, fragmentarisch und lakonisch formuliert ist. Was Muslime, wenn sie nur den Koran hätten, wären sie unglaublich arm dran. Ohne die bleibende Bezogenheit zum Tora und zum Evangelium. Weil sie alle im Grunde genommen auch koranisch gedacht zusammengehören. Wie die Frau von Adam hieß, steht nicht im Koran. Wie die Brüder von Jakob, von Josef, sind die Söhne von Jakob. Das steht nicht im Koran. Die Rede ist nur von den Brüdern. Aber warum haben sie keinen Namen? Wieso werden die Namen im Koran nicht erwähnt? Und die Antwort finden sie in der Bibel. Sozusagen die Antwort dafür, warum der Koran dies verschweigt. Weil der Koran kein Interesse hat, das noch einmal zu wiederholen, was bereits ohnehin schon in der Bibel war. Sondern die gleiche Geschichte wird noch einmal erzählt mit einer eigenen Akzentuierung, mit einer eigenen Ästhetik, mit einer eigenen intensivierten Botschaft, die allein intertextuell sich dann auch eröffnet und auch in dieser Tragweite für uns auch gangbar wird. Die Deutung selbst ersetzt aber natürlich nicht den Koran. Sie bleibt allein eine Deutung, die neben sich andere Deutungen zulassen muss, insofern sie in einem Wettstreit der Plausibilitäten auch standhalten will. Die Formsthetik des Korans bildet deshalb seine Botschaft ab, weil der Duktus des Korans nicht monoton und eindimensional verfasst ist. Weder lässt sich der Koran auf eine Kernbotschaft zurückführen, noch ist die Anordnung der Themen systematisch, chronologisch oder gar historisch aufgefächert. Also selbst wenn Sie mich fragen würden, was ist die Kernidee des Korans? Und genau das ist nicht zusammenfassbar. Und das haben nicht alle große Werke. Und Sie können auch nicht Hegels Seinslogik zusammenfassen. Es geht deshalb nicht, weil sonst würde er ja genau die Zusammenfassung Ihnen vermitteln. Also es gibt keinen Koran im Koran. Und die Idee auch, der Koran wäre ein Diktat Gottes. Das ist einfach faktisch falsch, weil im Koran kommen viele Protagonisten und Protagonisten zu Wort. In gewisser Weise zitiert von Gott selbst, aber sie sind da. Also sie hören, wie der Teufel spricht, sie hören, wie Maria spricht, sie hören, wie Jesus in der Wiege spricht, sie hören, wie Moses spricht, wie der Vater von Abraham spricht und so weiter. Sie haben eine Vielzahl von Sprecherinnen und Sprechern, die alle im Koran miteinander sozusagen in einem großen Gespräch sind. Das heißt, wenn man auch in eine Auslegungskunst, in eine Hermeneutische Stadt rangeht und versuchen will, sozusagen den Koran auf Gott zurückzuführen und sagen, das ist eigentlich das Wort Gottes. Das ist genau das, was die islamische Theologie auch wissen will, aber ein Wort Gottes, was selbst viele andere Worte in sich internalisiert hat. Also, wie können wir also auch in diesen ästhetischen, offenen, weiten Form der Bezugnahme zum Text, zur Offenbarung und zu Gott, von Gott etwas wissen? Dieser Gott ist das natürlich jenseits aller Bilder und jenseits aller Darstellungen. Seine Undarstellbarkeit ist nicht einfach nur Verweigerung. Gott will einfach nicht, dass wir ihn erkennen. Die Offenbarung Gottes ist in der Tat, ist selbst die Tat des ewigen Selbst, seine Undarstellbarkeit darzustellen. Diese Darstellung des Undarstellbaren ist kein Bildnis, sondern Erleben, Erkenntnis, Geschmack Gottes, dass Gott mit uns ist, wo immer wir auch sind. Im Kern ist der Koran also dialogisch verfasst, indem es dabei auch um das Ereignis des Hörens und Sprechens geht. Und da sind auch einige Dialoge, wie gesagt, auch dort aufgenommen worden. Zum anderen will der Koran den Menschen auffordern, indem er sich der Sprache seines Adressaten auch bedient. Der Koran ist nämlich auf Arabisch und Gott spricht natürlich kein Arabisch, weil Gott es ja haben, darüber überhaupt eine Sprache zu sprechen und schon gar nicht allein schon Arabisch. Sondern wenn er spricht, dann würde er dann alle Sprachen sprechen und ob er überhaupt spricht, so wie wir sprechen, verstehen. Das wurde in der islamischen Theologie natürlich kontrovers und sehr feinfühlig auch diskutiert. Aber was ist sozusagen die Intention dahinter? Die Intention dahinter ist, meines Erachtens, dass wir uns im Ringen mit dem Koran zu einer eigenen Sprache selbst verhelfen müssen. Und zwar womit? Mit unseren Fragen, mit unserem Zweifel, mit unserem Hadern und unserer Hoffnung. Im Grunde genommen ist der Koran eine Ansammlung von Antworten, deren Fragen nicht mitgeliefert sind. Und wir haben immer beim ersten Lesen den Eindruck, man wüsste, wenn man ein Vers liest, auf welche Frage dieser Vers eine Antwort ist. Und das ist eben auf den ersten Blick so. Ohne den historischen Kontext zum Beispiel waren wir nur erdichtete Fragen. Sondern wir müssen sozusagen aus dem Kontext heraus überhaupt die Frage erlernen, wozu sich der Koran auch hier verhält. Im Koran heißt es, nah bin ich, ich höre den Ruf des Rufenden, wenn er mich anruft. Er ist also nicht jenseits von mir, sondern er ist da. Wenn Glauben, Atmen mit Gott bedeutet, dann besteht der spirituelle Weg des Islams darin, mit jedem Atemzug die innere Dunkelheit und Schwere in Licht und Leichtigkeit zu verwandeln. Gott wird daher nicht verstanden als eine Instanz außerhalb der Welt, sondern als Textur der Wirklichkeit. Gott wird mir näher als meine eigene Halsschlagader, als das gegenwärtige Nichts inmitten von allem. Daher wird Gott selbst zur Sehnsucht, auf die hin ich mein Leben ausrichte. Gott ist Sehnsucht. Mir geht es um ein Leben, um ein geistiges Leben, das Gott vergegenwärtigt, der mich tröstet, der mich trägt, der mich zum Guten leitet und der mich zu meiner Wahrheit führt. Und zu dieser Wahrheit gehört auch, dass ich scheitern darf, dass ich fehlbar bin, dass ich in meiner Begrenztheit, meiner Behinderung, meiner Endlichkeit angenommen und geliebt bin. Gott ist unvorstellbar jenseits aller Bilder, jenseits aller Namen. Gott ist daher mir nicht verfügbar als ein funktionierender Gott, den es nur dann geben kann, wenn alles so läuft, wie ich es mir vorstelle, der dafür da ist, um meine Wünsche in Erfüllung zu bringen. Der Dialog mit Gott, so vor allem die spirituelle Tradition des Islam, vollzieht sich nicht in Form von Ich und Du, sondern allein als Du, als ein unbedingtes Du, das mein Ich-Sein, meine Perspektive, ein Gegenüber von Gott zu sein, durchkreuzt und aufhebt, indem er mich seinem Du erhebt, das unaufhörlich in Bezug auf Gott ist. Und der Weg zu Gott ist der Weg, indem ich von meinem Ich zugunsten einem Du, das ich selbst bin, ablasse. Ein Du zu sein heißt, allein nicht einsam zu sein. Der Ruf nach Gott, der mit vielen Eigenschaften und Namen im Koran aufscheint, wird ebenso ästhetisch bestimmt. Sag, ruf Gott an oder ruf den Barmherzigen an, wie ihr ihn anruft, sein sind die Namen die schönsten. Sein sind die schönsten Namen, weil die Wegweise Gottes, womit er in seinen vollkommenen Eigenschaften für die Menschen artikulierbar wird, Ausdruck seiner Schönheit ist. Deshalb erinnert der Prophet, der selbst als ein Vorbild an Schönes im Koran bezeichnet wird, Gott ist schön. Diese Prädikation darfst du nicht verwundern, denn die Frage ist, wie es möglich, dass ein erhabener und gerade übersinnlicher Gott als schön bezeichnet wird. Dabei ist die Feststellung keine Aussage über das Wesen Gottes, über sein Dasein, das für jede Bestimmung erhaben bleibt, aber die Schönheit Gottes, von der der Prophet spricht, soll das So-Sein Gottes für die Menschen zum Ausdruck bringen. Gott ist insofern schön, als er in seiner Wahrheit erscheint, offenbar wird, ja in die Sinnlichkeit eindringt, die Textur dieser Sinnlichkeit selbst ist. Es ist der Koran, der daran ihm erinnert, in Erinnerung mit Gott zu leben, dessen Zuwendung, dessen Botschaft, dessen Werk und dessen Rechtleitung als schön im Koran auch bezeichnet wird. Die Ästhetisierung der Vermittlung des Korans als Symbiose von Form und Inhalt bewirkt dabei, dass wir es nicht mit einer eindimensional eindeutigen Botschaft zu tun haben, wie ich es wiederholt versucht habe zu erklären, die wie ein Sammelsorium toter Buchstaben eindeutig vorlegen würde. Vielmehr ist die Botschaft in gewisser Weise in die Länge gezogen, mehrdeutig, verrätselt, herausfordern, aber zuweilen auch unverständlich und gerade dadurch lebendig und reizvoll verfasst. Wir wären mit dem Koran nicht fertig. Das ist sozusagen die letzte Botschaft, die wir aus der Auseinandersetzung mit dem Koran erlernen. Und ein, das ist schon mehr als eine Beobachtung, die ich immer wieder auch in meinem Alltag auch tue, in meinem Forschen und Hadern ist, dass die Gruppierungen muslimischer, islamistischer, extremistischer Provenienz, die sich so verstehen, unglaublich ästhetisch feindlich sind. Die hassen jede Form der Ästhetisierung, weil Ästhetik eben die Botschaft in die Länge zieht, die Botschaft mehrdeutig macht, Raum für Eigenheiten zulässt, Atmen ermöglicht, während die selbst immer alles eindeutig wissen. Sie wissen, was Gott von ihnen will, sie wissen, wie der rechte Weg ist, sie wissen alles. Sie wissen, wer ins Paradies und wer in die Hölle geht und alles ist eigentlich eindeutig. Und durch die Eindeutigkeit bringen sie natürlich den Koran zum Grabe. Der Koran verliert seine Lebendigkeit. Auch meine Wachsamkeit verliert sich, wenn ich ohnehin schon weiß, wie der Weg ist. Aber der eigentliche Weg, also der Weg der meisten Muslime, selbst heute, obgleich wir in tiefen Krisen stecken, unterschiedlicher Natur, besteht gerade darin, sein Leben in Demut und in Berührung mit der eigenen Unwissenheit, in Berührung mit eigener Fehlbarkeit und Endlichkeit zu vollziehen, dass wir eben nicht Herr des Korans sind, Herr des Willen Gottes, sondern dass wir immer unterbestimmt sind, immer hadern und immer nicht wissen, ob das, wie ich den Koran verstehe, auch tatsächlich der Wille Gottes zum Ausdruck bringt oder ob nicht gerade alles, was ich zu sagen habe, eigentlich falsch sein kann. Und wenn wir einmal annehmen, dass all mein Wissen vom Koran auch falsch sein kann prinzipiell, das ist unglaublich entlastet. Und das öffnet auch den Raum zum Anderen. Auch die Suche zu einem anderen Buch. Weil wir weniger Ich sind, weil wir weniger sozusagen in unserem eigenen Gehabe uns in den Vordergrund rücken, als derjenige, der alles weiß, alles kann, über alles Bescheid weiß, sondern dass wir gerade in dieser Selbstnegation auch erst uns erhalten können. Weder die Offenbarung als solche noch die in ihr enthaltenen Inhalte, Ermahnungen, Erzählungen, Normen stiftenden Verse, philosophischen und theologischen Gedanken können als reine Information, als gegebene Regelwerke, als eindeutige Botschaften angenommen werden. Das kann für keine einzige Stelle, selbst da, wo wir sonst sicher sind, das ist doch unverrückbar, sagen wir, dass es nur den einen Gott gibt. Ja, wissen Sie, in derselben Zeit gibt es mehrere Theologinnen, Theologen, theologische Schulen, die über die Einheit Gottes anders befinden und sich gerade darin bekämpfen, dass die andere Schule es nicht richtig verstanden hat. Was bedeutet schon Einheit Gottes? Gott verfügt über viele Eigenschaften. Was bedeutet eine Eigenschaft zu haben? Wie kann der eine und einzige erhabene Gott überhaupt eine Pluralität an Eigenschaften für sich in Anspruch nehmen, wenn er der eine und erhabene Gott noch sein will, der nicht sozusagen in dieser vielen Eigenschaften sich wiederum verliert? Man wird zwischen Tateigenschaften, Wesenseigenschaften unterscheiden, das hilft leider nicht, weil die Wesenseigenschaften immer noch plural sind. Und in dieser Überzeugung, wie können wir vier, sieben bis acht Eigenschaften als Wesenseigenschaften annehmen und sie mit der Einheit Gottes in Einklang bringen, da gibt es große Dissens. Und was bedeutet dies? Das bedeutet, dass wir immer eben in diesem theologischen Arbeit auch hineinstecken, weil wir über die Sache einfach nicht selbst verfügen. Und das ist sozusagen das, was ich als ein Wettbewerb an Plausibilität nenne. Im großen, sunnitischen, zumindest islamischen Kontext, gibt es kein Lehramt, kein geistiges Lehramt, aber dennoch gibt es ein Lehramt, ein verstecktes, ein verspieltes, hinter allen diesen Bezügen, all diese Arbeit. Und dies ist die Plausibilität, eine vernünftige Plausibilität. Jeder muslimische Geist kann für sich in Anspruch nehmen, eine gute, vertretbare, geltende Deutung seiner Religion vorzutragen. Aber dieses steht einfach nicht im Raum, sondern dieses steht in einem Wettbewerb der Plausibilitäten. Wenn ein muslimischer Gast heute auch eine andere Deutung hat, dann heißt es nicht nur, weil er mehr graue Haare hat als ich, oder mehr Bücher gelesen hat, was dies auch bei Ihnen zum Beispiel der Fall ist, dass Sie jetzt eine bessere Deutung hätten, oder dass ich eine bessere Deutung habe, nur weil ich ein Amt kleide, sondern es geht darum, wie wir unser Verständnis in einem Wettbewerb der Plausibilitäten, in dem wir aufeinander zugehen, auch darlegen können. In Verantwortung vor den Quellen, in Verantwortung vor Verständigung und Kommunikabilität. Und das war sozusagen ein Ganggrund gäbe islamischer kultivierten Tradition. Alles war gestattet, sobald sie gute Gründe dafür haben. Es gab Methodenstreit zwischen den Rechtsschulen, es gab auch begrifflicher, theologischer, logischer Streit, auch zwischen den Glaubensschulen, und das war unglaublich reizvoll, sodass die Fundamentaltheologie auch im islamischen Kontext eigentlich Kontroverstheologie heißt. Das heißt, in dieser Kultur des Streits entwickelt sich das, was zu gelten hat. Die hier also artikulierte Offenheit der Offenbarung nimmt den Koran als ein offenes Kunstwerk auf. Der Koran als Werk kann deshalb als offenes Kunstwerk gelten, weil es eine Wahrheit, die er beansprucht, Erscheinung ist. Und das ist nichts anderes als Schönheit. Im Koran wird daher mit einem ästhetischen Imperativ gefordert und folgt dem Schönsten, das zu euch herabgesandt von eurem Herrn. Aber ohne genau zu identifizieren, was genau diese Schöne ist. Man hätte noch erwarten können, folgt dem Koran. Aber wie heißt es, das Volk dem Schönsten. Das heißt, es ist eine grundlegende Offenheit, dafür auch hier hineingeschrieben, nach dem Schönen zu suchen. Auch natürlich weiter ethisch formuliert, auch das Schöne zu kreieren, für die Schönheit gerade zu stehen. Vielleicht Schönheit, wenn Sie es auch in einer ganz primitiven Form der Deutung nehmen, was nicht vom Schauen kommt, sondern vom Schonen, also dasjenige, was wir nicht verändern wollen, sondern bewahren wollen. Der Begriff der Spiritualität ist seit einiger Zeit bereits natürlich sehr auch inflationär gebraucht. Da muss man da auch etwas Vorsicht walten lassen, wovon wir hier reden. Aber dennoch gibt es eine innere Geistigkeit dieser Tradition, die auf das Wesentliche hin geordnet ist, also den Blick für das Innere, das Blick für das Wahre zu öffnen. Gott liebt die Schönheit, heißt das bei den Propheten. Und im Koran heißt es, Gott liebt die Schönhandelnden. In allem Schönen ist nämlich das Antlitz Gottes zu erblicken, weil zur ästhetischen Pflicht, zur Sehnsucht des Lebens gerade dies gehört. Somit begegnen wir unserer Endlichkeit in Schönheit und sehen uns in ihr getragen, weil allein die Schönheit in der Offenheit auch Erlösung versprechen kann. Gott liebt die Schönheit. Ihr artikuliert sich eine zentrale Einsicht im Islam, dass der Mensch die Nähe Gottes zweifach erringt, indem er sich der Schönheit verschreibt, weil zum einen der Ewige selbst ja die Schönheit für sich in Anspruch nimmt und zum anderen die Liebe zur Schönheit eine Eigenschaft Gottes darstellt. Und diese Doppelhaltung ist das, was eigentlich zu der schönen Tradition des Islams auch gilt. Das heißt, das zu erblicken Schöne ist nicht einfach nur anbetungswürdig, vielmehr verweist es auf den unübertrefflich Schönen, den Gestalter, den Bildner, wer der Koran auch Gott zu bezeichnen weiß. Und die Bedeutung und der Stellenwert des Bildes, der Abbildung im Kontext des Islams, scheint umstritten zu sein. Klar zu konstatieren ist dabei, dass der Koran keine explizite Bildtheorie zum Beispiel kennt. Auch die Idee, dass es Bilderverbot gäbe, ist in dieser Form eigentlich kaum vertretbar, weil der Koran keine Bildtheorie hat. Sondern es geht immer darum, was wir meinen, wenn wir sozusagen von einem Koran reden, der selbst Bilder produziert und immer Bilder über Bilder, Bild über Bild auch, alles auch geschehen lässt. Im Mittelpunkt der jeweiligen ablehnenden Haltung zur Abbildung und zum Bild steht immer die Sorge um eine adäquate Durchführung der religiösen Praxis. Bilder als Hindernis, Bilder als Ablenkung, Bildner als jemand, der sich anmaßt, Gott auf Erden zu spielen. Lebeweisen darzustellen, sei nichts anderes, als den heiligen Akt der Schöpfung nachzuahmen. So sind die gängigen Argumente. Nicht das Bild als Bild ist also unerwünscht, sondern das, was ein Bild symbolisiert. Doch genau das ist nicht objektivierbar. Darüber können wir nicht verfügen, was wir mit einem Bild machen, wie wir uns aus einem Bild affizieren lassen. Hier waltet kein Bilderverbot, sondern unendliche Bilder, die jenseits der Bilder unabschließbar ein Bild Gottes entwerfen, um es wieder aufzuheben, da es ein Neues provoziert. Bild über Bild. Was bleibt, ist natürlich die Sehnsucht. Sehnsucht nach mehr Bild, denn der Prophet Muhammad hat etwas Bedeutendes gesagt einmal, womit ich schließe, Gott hat allen Dingen die Schönheit eingeschrieben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mir fällt zu, Dank zu sagen. Das ist sehr leicht für mich. Mein Dank gilt zunächst Ihnen, Herr Karime, für Ihren mit vielen Details gespickten Vortrag, der uns in der islamischen Theologie einiges an Informationen vermittelt hat über das, was Spiritualität sein kann. Sie haben zu Recht gewarnt vor dem Begriff der Spiritualität, dass er ganz schwierig zu fassen sei und inflationär ja auch heute gebraucht wird. Dem stimme ich zu. Sehr gefallen hat mir Ihre Formulierung, Spiritualität sei Sehnsucht, sei mit dem Begriff der Sehnsucht zu fassen. Und ich würde meinen, und ich hätte viele Fragen, dass ich da einen Bogen herstellen lassen könnte zu Ihrer Formulierung, die natürlich schon zeigt, dass Sie auch mit Heidegger sich lange beschäftigt haben über Ihr Gottesverständnis im Islam. Heidegger hat das ja mal so formuliert, die Abwesenheit Gottes ist eine Weise seiner Anwesenheit. Ich glaube, das bringt im Begriff der Sehnsucht die Spiritualität zum Ausdruck. Und da haben wir dann den Bogen in die Kunst, sehe ich, und in die Schönheit. Folgt dem Schönen, heißt es ja in der Sure. Und Sie haben dann an einer Stelle formuliert, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie Sie das genannt haben, aber ich glaube, es verstanden zu haben in die Richtung, die zugespitzte Sinnlichkeit der Schönheit wird es sozusagen die Präsenz Gottes enthalten. Da hat man wieder den Zusammenhang, so habe ich das verstanden, da hat man wieder den Zusammenhang zur Sehnsucht, zur Spiritualität. Und in der Kunst ist ja dieser Zusammenhang, darauf haben Sie öfter hingewiesen, von Sinnlichkeit und Sinn, wiederzufinden, wie es in der Schönheit Gottes ist. Die zugespitzte Sinnlichkeit ist sozusagen die Weise, in der die Sinnlichkeit nach dem Sinn sozusagen sucht. Und die Schönheit als die Vermittlung von Sinnlichkeit und Sinn, die Anwesenheit Gottes in der Weise, in der sich die Schönheit eben auch entzieht. Noch mal ganz herzlichen Dank, Herr Karime, für Ihr Kommen. Ich wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg. Ich würde mich freuen, bald wieder von Ihnen zu hören. Danke. Vielen, vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020